Wie soll der denn jetzt das abbekommen? Die Fackel ist zu schwach. Mann. So, da vorne war nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Ich komme nicht in den nächsten Wagen. Ich kann aus dem Fenster schauen. Ich habe hier nur den nächsten Wagen. Das ist alles erledigt. Ich kann nur aus dem Fenster schauen. Hier ist sonst nichts. Das Feuer saugt den Sauerstoff aus dem Tunnel und flutet ihn mit giftigem Kohlenmonoxid. Hier in den Alpen gab es schon Dutzende Katastrophen in den Tunnels, die mit erstickten Menschen endeten. Dieses Mal werden wir es nicht so weit kommen lassen. Danke für den Hinweis. Ich sollte mich auf die Abkopp... Immer weiter schwafeln. Nie aufhören. Immer weiter schwafeln. So, da ist nichts mehr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt brauche ich wahrscheinlich wirklich den ersten Tipp, oder was? Er hat ein Stuhlbein, hat das Ding, aber er kann es nicht. Verdammt. Was bringt ihm das? Ich habe gar nichts mehr kombinieren, was ich nicht schon kombiniert habe. Hast du das schon? Ja, eben. Ja, hast du das schon? Hast du das schon? Der Stoff wird nicht noch mehr Alkohol aufnehmen können. Ja, also. Umgekehrt, ja. Und es... Verdammt. Nein. Äh... Ja, das ist ja witzig. Kannst du das vielleicht hier machen? Nee, er macht's wieder hinten. Hm, der Alkohol verbrennt mit dunkler, blauer Flamme, spendet kaum Licht und dürfte in Sekunden verbrannt sein. Ja, aber was denn? Das löst das Licht. Ach Gott, ey. Was denn sonst? Hier ist nichts mehr. Boah, das fängt ja schon super an. Hier ist nichts mehr. Hier ist gar nichts. Och, Mann. Äh... Toll. Jetzt wechselt der auch nicht mehr nach hinten. So, jetzt. Okay. Ich kann... Ja, super. Habe ich eine Schüssel gemacht. Alles klar. Die Schüssel kann ich nicht mitnehmen. Ich kann sie mir nur angucken. Ich kann das Ding anzünden. Ups, anzünden. Dann funktioniert auch nichts. Gott, das gibt's doch nicht. Ich kann die Flasche nicht mitnehmen. Nein. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich komme nicht hinaus. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich kann sie nicht kombinieren. Ich kann sie nicht... Stecke den Stoff hinein. Das wäre dann so etwas wie ein Molotow-Cocktail. Oh mein Gott. Ich will Licht. Aber ich will nicht in einem Flammenmeer stehen. Das ist egal. Gott, das hört doch mal auf. Alles besser zu wissen. Mann. Ach, jetzt habe ich das Stuhlbein wieder. Das gibt's nicht, ey. Hör doch mal auf mit dem Mist. Ja, jetzt zünde mal deinen Lappen da an. Das wäre dann so etwas wie ein Molotow-Cocktail. Ich will Licht. Okay. Weißt du was? Pass mal auf. Was ist, wenn ich diesen bescheuerten... Ja, das ist ein ganz schöner Luftzug. Der Sauerstoff wird zum Feuer gesogen. Ja. So. Und was ist, wenn du jetzt hinunter gehst... ...und legst den Lappen da irgendwie drüber? Wenn du es schon so nicht machen willst... ...dann leg den Lappen da drüber. Genau. In Ordnung. Ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. Ach, jetzt geht das. Jetzt geht das. Okay, eben geht's nicht, aber jetzt geht das. Gut. Okay, jetzt ist ja wohl klar. Also. Wickle den Verschmierten um den Holzstab. Anschließend... ...zündest du den Holzstab an, der jetzt super toll brennt. ...wahrscheinlich. Genau. Äh... Äh... So. So. Öl und Fett brennen hell und heiß. Dafür muss man sie aber auch mit ausreichend hohen Temperaturen entzünden. Ein Streichholz reicht dafür nicht aus. Ach, nee. Oh, mein Gott. Ach, ich glaub das nicht, ey. Ach, nee. Ja. Benutzt du die Schale? Ich habe die Schale zu etwa einem Drittel mit Rum gefüllt. Boah. Starkes Zoll. Ja, kannst du das nicht anzünden. Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. So, jetzt. Na also. Wie ich vermutet habe. Der Alkohol brennt mit fast unsichtbarer Flamme. Ja. Und jetzt nimmst du die Fakle und hältst sie da rein, ey. Mann. Ich bin der Herr des Feuers. Du bist der Herr des Kompliziertseins. Echt. Ach, Gott, ey. So. Kommst du jetzt nach oben? Nicht mehr. Geht ja nix. So, runter. Ach, guck mal an. Das ist schon besser. So, was haben wir? Betrachte die Koppelung. Erstaunlich primitiver Mechanismus. Vermutlich hat er sich bewährt. Ach, so. Koppel ab. Betrachte. Ein Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlangläuft. Hm. Mhm. Ähm. Haben wir noch was? Außer unsere Fackel. Nein. Nein. Ich würde sagen, erst mal drehen. Aha. Mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. Genau. Dann drehst du da. Korrekt. Und jetzt kannst du... In Ordnung. Jetzt kannst du das Ding heben. Na also. Dann nichts wie weg hier. Und wir haben wieder 2000 Punkte bekommen. Gott sei Dank noch mal ohne geschafft. Hören Sie bitte. Hören Sie. Robert. Wie sieht's aus? Ich hab den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und hab den Bremsen gelöst. In Ordnung. Gute Arbeit. Sieh auf. Hören Sie bitte. Und wer steuert den Lok? Wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig. Ich bin sicher. Da. Hilfe. Hilfe. Betty. Nein. Wer steuert den Lok? Nein. Ui. Beeil dich. Es wird heiß. Ähm. Und? Und? Hm. Okay. Wieder was geschafft. Matt. Wo bist du? Oh. Neue Bilder. Schau hinter die Theke. Äh. Junge. Ich will ja mal nichts sagen. Aber du fährst mit einem führerlosen Zug gerade durch die Gegend. Und bevor du den Jungen suchst, würde ich doch gucken, dass ich den Zug angehalten bekomme. Aber das fände ich doch jetzt eigentlich erst mal viel, äh, wichtiger. Vielleicht. Okay. Saufen können wir nichts. Aber wir können hinter die Theke gucken. Matt? Bist du da? Ja, in der Schublade. Nein, im Kühlschrank. Okay. Matt, der ist aber bescheuert. Der Zug ist führerlos und er rast hier durch die G. Also, ey, das ist doch, das ist doch unklappt. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir können... Hm. Nein. Nein. Kaputt. Mist. Damit hat sich unsere Lage gerade extrem verkompliziert. Entweder haben die Notbremsen bei der Explosion etwas abbekommen, oder sie wurden sabotiert. Zumindest funktionieren sie nicht. Ich, ich glaube, ich sollte versuchen, die Lok abzukoppeln. Ich meine, was soll ich sonst tun, um die Wagen abzubremsen? Genau. Mattis suchen. Ähm. Wow. Hoffentlich haben wir ja keine... Die Lok und der Kohletender brennen immer stärker. Der Fahrtwind hat die Flammen weiter angefacht. Ich muss die Wagen dringend zum Stillstand bringen. Früher oder später wird es die Lok zerreißen. Ja, gut. Und dann? Der Kessel steht unter Hochdruck. Und es ist niemand auf der Lok, der die Geschwindigkeit kontrollieren könnte. Alles hängt an mir. Hm. Jetzt macht er endlich mal das, was ich ihm gesagt habe. Schau. Ach, das ist Matti. Betrachtet die Hand... Äh, die Handtasche. Da sitzt doch Matti. Ich sehe ihn. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller. Mads Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche. Und eine teurere. Ja, und jetzt? Guckst du rein, ne? Aha. Aha. Die Spielzeugpistole. Aha. Jetzt kriegen wir es auch wieder. Ah. Und dann wird sie gleich schwarz gemacht. Und dann haben wir eine fast echte... Hey, da bist du ja. Was hast du dir nun dabei gedacht? Tja. Na, komm erst mal raus da. Ist er weg? Wer ist weg? Der Mann. Was für ein Mann. Was für ein Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Aha. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich... Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Ist klar. Ich bremse erst mal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter. Okay? Okay. Willst du rauskommen? Nein. Gute Idee. Du hältst dir die Stellung. Genau. So. Jetzt fällt mir was ein, dass ich ganz, 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 ganz dringend jetzt schnell mal gucken muss. Ich habe nämlich, glaube ich, was verpatzt. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Bis nachher. So. Da sind wir wieder. Ähm. Ja. Ich muss tatsächlich jetzt eben gerade mal nachsehen und wirklich verstehen. Ich habe dummerweise nicht daran gedacht, mein Laufwerk richtig zu wählen für die Aufnahme. Und so wäre es wahrscheinlich in einer halben Stunde passiert, dass die Platte wieder vollgelaufen wäre. Das habe ich jetzt gerade mal geändert und jetzt können wir also getrost weitermachen. Meine Güte. So. Hier ist sowas verdächtig. Ich hätte das gerne, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Okay. Matti ist in Ordnung. Mit die Brommer nicht mehr. Wir müssen jetzt erst mal die Locker kuppeln. Äh. Warum? Warum sollte er das? Egal. Geht nicht. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Hm. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Äh. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, warum. Aber. Ist egal. Wir machen es. Betrachtet das Handtuch. Ein großes, weiches Handtuch. Sehr angenehm. Oh. Oh. Nimm das. Ich lege es mir um den Hals. Ah. Dann habe ich weiterhin beide Hände frei. Aha. Ja, natürlich. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Ah. Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Ah. Ich weiß schon. Nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geraten Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf wartest du? Rette den Tag. Ich weiß es doch. Ich war... Halt. Ich weiß es doch. Genau. Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. Ja. Dann mach doch mal... Verdammt, ich wollte das Handtuch nass machen. Ja, jetzt nimm doch das... Handtuch. So aussichtslos ist meine Situation nun auch wieder nicht. Handtuch nass machen. Handtuch nass machen. So. Handtuch nass machen. Es saugt sich mit kaltem Wasser voll. Ja, ist gut so. So. Das brauchst du auch gleich. Wegen Hitze und so. Wir haben nur nach vorher schon dran gedacht. Das ist alles. Das ist alles. Jetzt komm ab nach vorne mit dir. Da wird's heiß, 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 heiß. Da wird's heiß. Da wird's richtig. Ah, okay. Wir können wieder aus dem Fenster schauen. Und sonst noch was? Sonst noch was? Sonst noch was? 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 Eine Axt. Ja, die nehmen wir mit. Eine Axt für Notfälle. Ja. Wenn das hier kein Notfall ist, dann weiß ich auch nicht. Ist keiner. Nö, gar nicht so. Haben wir noch sowas? Na, 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 na. Okay, hier, äh, Fenster. Da. Schau mal aus dem Fenster. Best so schnell, dass wir... Man kann vor lauter Rauch kaum noch aus dem Fenster sehen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da vorn auf dem Tender brennt. Aber es müssen Tonnen sein. Gegen dieses Feuer kann ich nichts ausrichten. Ja, dann, äh, stürze ich aus dem Fenster. Okay. Ja. So. Hmm. Hmm. Wenn die Notbremsen nicht funktionieren, muss ich zu anderen Mitteln greifen. Ja. Also los. Au. Heiß. Du hast ein Handtuch. Nimm dein Handtuch. Abgeschlossen. Okay, nimm die Axt, äh, die Axt. Schlage mit der Axt. Dann eben mit Gewalt. Aha. Wow. Wow. Au. Was ist denn? Bitte. Wo sind seine Tabletten eigentlich? Wo sind die Tür? Hä? Ah. Okay. Bisschen komisch, aber hat geklappt. So. Kommt zurück. Betrachtet die Koppelung. Da ist die Koppelung. Sie sieht genauso aus wie die vom Transportwaggon. Das heißt, ich muss als erstes dieses Ding da drehen, das alles auf Spannung hält. Ja, wenn du das drehst, dann ist aber die Spannung immer noch da, weil die Lok nämlich schneller ist als die Wagen. Du blödel. Du glaubst ja wohl nicht, dass das funktioniert. Es geht nicht. Selbst wenn ich den Hebel mit der Hand erreichen würde. Ich könnte nicht genug Kraft aufbringen, um ihn zu drehen. Äh. Benutze die Axt mit dem Hebel. So, und das ist jetzt unrealistisch. Das muss reichen. Die Lok ist schneller als der Wagen. Das heißt, es würde eigentlich die Lok schon wieder diese ganze Geschichte auf Spannung ziehen. Und das ist totaler Quark. Die Koppelung löst sich nicht von alleine, weil sie unter zu starker Spannung steht. Ja, dann, äh. Äh. Ja, was denn? Oh. Dann. Dann mach doch die Axt. Dann verhastest du sie doch. Ja, was denn jetzt? Oh, what the fuck? Hast du es dir jetzt geschafft, oder was? Puh, das ist nicht einfach nur Qualm. Man schmeckt richtig die Ascheklumpen heraus. Zeit für die Geschichte meines Hilfssheriffs.